Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Dieses Video hier wird mal wieder seit langem ein Frage-Antwort-Video. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, fange ich auch direkt an. Die erste Frage ist, ob ich mir vorstellen kann, lebenslänglich bei Lufthansa zu arbeiten und ob ich das empfehlen könnte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal beantwortet habe, aber es ist so, ich kann es mir auf jeden Fall noch für eine längere Zeit vorstellen und Lufthansa ist wirklich ein super toller, top Arbeitgeber. Also man kann echt gar nichts sagen. Ich würde sagen, auf einer Skala von Arbeitgebern von 1 bis 100 ist Lufthansa bei 110 wirklich. Also ich bin mega zufrieden. Ich habe natürlich auch noch nicht so viel Berufserfahrung, aber ich habe ja schon auch viel von meinen Eltern mitbekommen und viel von meiner Verwandtschaft und generell von vielen Leuten. Und also da kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Und ob ich mir vorstellen kann, dort lebenslänglich zu arbeiten, ist halt schwierig. Ich liebe halt mega das Reisen und so, aber ich weiß halt nicht, ob ich das auf Dauer, wenn ich älter bin, noch so hinbekomme. Und vor allem dann auch, wenn ich Kinder habe und ich würde halt auch gerne mal im Ausland leben. Deswegen weiß ich das halt nicht, weil ich bin ja dann schon ziemlich hier halt an den Standort München oder halt, wenn ich in Frankfurt arbeiten würde, halt an Frankfurt gebunden. Klar, man kann auch irgendwo wohnen und dann immer anreisen. Also da geht halt mega viel Zeit kaputt, weil ich würde nämlich mega gerne mal irgendwie vielleicht für ein Jahr oder ein paar Jahre in Amerika leben. Und das wäre halt auf jeden Fall dann viel zu lang. Aber bei uns gibt es ja auch Teilzeitmodelle, dass man irgendwie nur einen Flug im Monat hat und dann würde das ja irgendwie schon wieder gehen. Deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ich lasse mich überraschen. Aber ich stelle es mir schon schwierig dann vor, wenn ich älter bin. Und ich meine, ich mache ja auch ein Studium und so, dass ich halt dann irgendwie mal was damit mache oder dass ich halt auch weiter mit dem YouTube noch irgendwie Länder bereise. Weil ich meine, es ist halt auch ziemlich begrenzt. Also wir haben halt die Ziele aus München raus und es kommen ja ab und zu neue dazu. Aber ich würde halt auch gerne mal noch so in andere Regionen und andere Länder reinschauen. Also ich habe da jetzt speziell schon ein paar so auf dem Schirm, die ich dann auch irgendwie genauer angucken würde. Also nur mal so für einen kurzen Einblick. Also ich würde voll gerne mal eben durch Südamerika reisen. Ich würde gerne noch ein bisschen Bali, Thailand, also sowas eigentlich alle wollen. Das würde ich aber auch gerne noch machen. Dann möchte ich aber auch gerne nach Afrika und alles. Deswegen muss ich mal alles schauen, so wie das alles so funktioniert und wie das dann irgendwie alles so zusammengeht. Aber sonst, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, das länger zu machen. Aber halt dann nicht immer in Vollzeit, sondern dann halt irgendwie in Teilzeit. Und dann, wenn ich Kinder habe oder so. Mal schauen. Es war nämlich auch noch eine Frage, wie viele Kinder ich haben möchte und ob ich Kinder haben möchte. Ja, also ich würde sehr gerne Kinder haben. Ich finde, Kinder sind mega was Schönes. Aber es dauert bei mir auf jeden Fall noch. Also ich würde vielleicht erst gerne Kinder so mit 29, 30 bekommen. Und wie viele Kinder? Also wir sind ja drei Kinder. Deswegen würde ich eigentlich auch gerne so um den Dreh was haben. Also drei, weiß nicht. Vier finde ich, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Und zwei, weiß ich nicht. Da hat man sich halt nur so gegenseitig. Also ich fand es mega schön, dass ich halt noch einen Bruder habe und eine Schwester. Das ist halt wirklich so, weil wenn man sich einmal mit einer streitet oder einmal irgendwie nicht so gut, dann hat man irgendwie noch den anderen. Wir sind auch mega eng, wege Schwester. Also deswegen, ich glaube, ich würde es auch so machen. Also ich möchte auch gerne drei Kinder haben. Aber wie gesagt, das steht alles noch in den Sternen und ich habe noch mega viel Zeit. Deswegen lasst euch überraschen dann. So, dann genau noch eine kurze Frage, warum ich in letzter Zeit nicht so viel geflogen bin. Ja, das hat einfach den einen Grund, dass ich einfach Urlaub hatte. Also ich bin in so einem Teilzeitmodell gewesen, wo ich halt im November, Dezember über den halben Monat frei hatte. Und ja, genau, dann hatte ich halt da die Hälfte frei. Und dann war ich im Januar jetzt noch ein bisschen krank. Aber ich meine, ich war im Januar jetzt trotzdem ja auch in Miami. Im November war ich ja dann mit meiner Mama noch in Dubai. Das war ja dann in der Zeit, in der privaten. Aber war auch mal mega schön, so viel zu Hause zu sein, weil es ist so, die Zeit, die geht so schnell rum. Also wenn ich immer unterwegs bin, also Vollzeit und dann immer so drei bis vier Flüge im Monat habe, dann ist es irgendwie so, oh, Juni schon rum, Juli schon rum. Also die Zeit, die geht so abnormal schnell. Das ist so krass. Und wenn man dann mal wieder daheim ist, dann fährt man mal wieder so ein bisschen runter und hat dann auch Zeit, wieder die ganzen Leute zu treffen, weil ich finde, das ist manchmal mega schwierig. Egal, wo du bist, egal in welcher Zeitzunde, egal welcher Chatlag, du siehst und wirkst immer so fit, positiv und strahlend. Was ist da dein Erfolgsgeheimnis? Ich muss in der Tat sagen, ich denke, das liegt daran am Sport, dass ich so viel Sport mache, dass ich mich gesund ernähre und dass ich, wenn es geht, viel schlafe oder halt eigentlich versuche immer, jede Nacht neun Stunden zu schlafen, weil ich finde, Schlaf ist so mega wichtig. Also wenn man sich mal ein bisschen genauer damit befasst, es ist so, dass ja in der Zeit, wo man schläft, auch in dem Körper ja Reaktionen stattfinden. Meine Mama sagt immer, die Zeit vor 12 Uhr, also bis Mitternacht, ist die wertvollste Zeit zum Schlafen, weil dort irgendwie, glaube ich, der ganze Tag nochmal verarbeitet wird, was man eben, was alles passiert ist. Dann, ich weiß gerade gar nicht, wann die Verdauung oder so, wann das ist. Ich kann es auch lieber mal nachgucken und irgendwann anders mal erklären. Aber ich glaube auch fest daran, dass eben Schlaf sehr, sehr wichtig ist, also auch für die Gesundheit. Genau, versuche ich viel zu schlafen und deswegen ist es dann nicht so schlimm, wenn ich mal eine Nacht durch mache. Außerdem haben wir auf dem Flug auch immer ein bisschen Zeit zum Runterkommen und ich versuche halt immer, dass ich die neun Stunden schlafe. Und wenn ich eben mal eine Nacht durchgemacht habe, weil ich ja geflogen bin, dann versuche ich immer bis zum Abend wach zu bleiben, damit ich dann wieder normal halt in den normalen Schlafritus reinkomme. Deswegen denke ich, bekomme ich keinen Chatlag. Und was halt auch für mich wichtig ist, dass ich halt immer in der neuen Zeitzone dann morgens halt Sport mache oder auch hier in Deutschland, dass ich dann wieder morgens ins Sport gehe. Weil ich habe das Gefühl, einfach durch den Sport, da wird alles angekurbelt und kommt irgendwie im Körper, der ganze Körperkreislauf, also kommt alles in Bewegung und ich fühle mich immer mega fit nach dem Sport. Genau, also ich denke wirklich, das sind eigentlich die Sachen, gesunde Ernährung, Sport, Schlaf. Und danke schön, dass ich dann immer so positiv wirke und gut gelaunt. Ach so, ja, und was ich auch noch wichtig finde, so für die gute Laune, ist auch immer rausgehen und Sonne und Licht. Also ich brauche immer Licht und irgendwie so unten voll im Bauch. Also ich brauche immer Essen, das ist auch ganz wichtig. Stellt Lufthansa eine Altersgrenze ein oder kann das ein Beruf fürs Leben sein? Soweit ich weiß, haben wir keine Altersgrenze. Früher war das mal so, aber ist nicht mehr so. Also deswegen kann es jeder noch versuchen. So, nächste Frage, was mein Traumreiseziel mit Lufthansa ist und wo ich unbedingt noch hinfliegen möchte. Ich kann es so gar nicht sagen, was mein Traumreiseziel ist. Also ich liebe Miami über alles, weil in Miami schönes Wetter ist. Mit Meer, geil. Aber was zum Beispiel nicht so cool ist, dass wir eben nur eine Nacht in Miami haben. Also ist das irgendwie schon ein bisschen wieder so ein Minuspunkt. Aber Miami ist eigentlich so eins mein Lieblingsziel. Dann liebe ich halt auch Asien und in Asien haben wir immer länger Zeit. Das finde ich dann halt auch irgendwie cool. Also eigentlich kann ich sagen, die schönsten Orte waren die, wo ich entweder jemanden dabei hatte oder wo die Crew mega cool war. Und ich erkunde ja mega gern. Deswegen liebe ich halt auch Städte, wo man viel machen kann. Oh, es gibt eigentlich kein Ziel, wo ich sage, so blöd, da muss ich jetzt wieder hinfliegen. Weil es ist wirklich irgendwie immer jedes Mal aufs Neue cool. Auch wenn ich jetzt nochmal an Chicago denke. Da hat es den ganzen Tag geregnet. Also es war eigentlich so ein scheußliches Wetter. Aber die Crew war so cool und wir hatten so mega viel Spaß irgendwie. Und wir sind halt durch den Regen, wir waren so pitsche, patsche nass. Aber irgendwie war das so mega. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Also ich liebe es halt, wenn es warm ist. Also Miami, ich liebe Amerika. Ich liebe aber auch Asien. Also Südkorea mag ich mega gerne. Peking liebe ich auch, wegen Shoppen und wegen Massage. Dann ist es schwierig. Also ich finde halt immer, der Mix macht es. Und ich mag Kurzstrecke nicht so gern. Weil ich finde, immer da hat man so wenig Zeit. Und ich brauche mir immer ein bisschen viel Zeit. So auch für mich selber. Wo ich unbedingt noch hinfliegen möchte. Ja, ich will unbedingt nach Indien fliegen. Ich war da ja noch nie. Ich stelle es mir eigentlich mega cool vor. Ich möchte es mal anschauen. Ich möchte zum Taj Mahal. Ich möchte generell mal mir einen Eindruck von Indien verschaffen. Weil irgendwie hört man das halt nur. Und da war ich jetzt, wie gesagt, noch nicht. Ach so, ja, ich möchte eigentlich zu allen Zielen hin, wo ich noch nicht war. Das wäre auch Mexiko. Ja, dann Kapstadt, also in Afrika. Aber das ist immer ziemlich schwierig zu bekommen. Ja, Toronto habe ich auch noch nicht. Also von München aus. Ich möchte auch unbedingt mit der Freundin jetzt mal nach Japan. Also nach Tokio nochmal. Keine Ahnung, es gibt einfach so viel. In Denver wollen wir auch noch was Cooles angucken. Ich weiß nicht, wie ich das schon mal erzählt habe. Ich möchte auch mal wieder nach New York. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Und irgendwie habe ich mega Lust zur Zeit auf New York. Jetzt sind es nur noch ein paar Fragen. Wie ich mir mein Leben in fünf Jahren vorstelle. Also in fünf Jahren, da bin ich 25, also kurz vor 26. Ich habe auf jeden Fall mein Studium abgeschlossen. Ich finde es echt schwierig. Oh mein Gott, in fünf Jahren. Oh man, eigentlich will ich noch gar nicht so weit denken, weil ich will gar nicht so alt werden. Ich würde auf jeden Fall dann gerne im Ausland leben, denke ich mal, mit 25. Ich möchte mein Studium ja abgeschlossen haben. Ich möchte... Also ich muss immer nachschauen, weil ich habe so ein Buch, da schreibe ich immer so meine Wünsche rein und alles. Also ich möchte mich auf jeden Fall weiterentwickeln, weiterlernen. Noch erfolgreicher sein mit YouTube, noch erfolgreicher mit Instagram. Ich möchte woanders leben. Also ich möchte nicht mehr hier in Heidenheim leben. Ich möchte auf jeden Fall wo leben, wo es wärmer ist. Also ich mag leider das Wetter hier nicht so. Also ich finde halt immer den Sommer zu kurz und den Winter zu lang. Ich möchte mein Studium abgeschlossen haben und eventuell... Ich meine, okay, es sind fünf Jahre. Dann möchte ich wahrscheinlich noch einen Master haben. Dann möchte ich natürlich einen tollen Freund an meiner Seite haben. Ich würde auf jeden Fall bis dahin gerne... Ich kann mal kurz aufzählen, welche Länder ich gerne bis dahin gesehen haben möchte. Das ist so lustig. Ich habe hier so ein Buch, da stehen so Sachen drin, so über mein Leben. Oder halt, wenn mir einfach immer so Sachen einfallen. Oder auch so meine Wünsche, meine Ziele. Ja, finde ich voll gut. Also man muss immer alles aufschreiben, weil ich finde, man vergisst das immer alles wieder. Ach so, ja, vielleicht um 25 oder 26 würde ich gerne heiraten. Dann würde ich auf jeden Fall gerne eine Traumhochzeit haben. Also ihr müsst eh wissen, wenn ich heirate, meine heiratet, die soll ganz cool werden. Ich habe schon beschlossen mit meinen Leuten, dass wir es so machen. Also ich fahre erstmal eine Woche in Junggesellenabschied. Also irgendwo hin. Geil, so nur Girls. So entspannen, bräunen und so. Und dann will ich auch meine Hochzeit irgendwo richtig geil haben. Also ich will am Strand gerne eine, so ich kann es mir in Griechenland vorstellen, weil da können ja auch ziemlich viele Leute kommen. Ich will eine riesige Hochzeit haben. Also ich will so eine, die man nicht vergisst. Also mal gucken. Also welche Länder ich bis dahin noch bereisen will, passt auf Bora Bora möchte ich. Indien, Hawaii, oh Hawaii, Rio, Mexiko würde ich gerne. Dann genau auf den Futsch in Tokio. Dann möchte ich auf die Malediven. Dann möchte ich nach Monaco. Dann möchte ich, passt auf, Schildkröten in Australien oder irgendwo Schildkröten retten würde ich voll gern. Dann würde ich gerne nach Finnland, die Nordlichte angucken. Dann möchte ich mal nach Santorini und nach Mykonos. Dann möchte ich nach Costa Rica. Und ja, jetzt passt auf, was dieses Jahr noch kommen wird oder kommen soll, ist ein Fallschirmsprung. Deswegen bis 25 habe ich auch einen Fallschirmsprung dann gemacht. Dann möchte ich noch nach Miami, also nochmal länger nach Miami. Nach Bali, nach Thailand. Ich möchte einen Roadtrip noch machen durch Amerika. Also ich muss jetzt noch einen kurzen Zwischenschnitt machen, weil ich habe jetzt nochmal nachgedacht über die eine Frage, was meine Ziele noch in fünf Jahren sind und mir sind noch neue Sachen eingefallen. Nämlich, ich möchte unbedingt noch einen Flugschein machen. Dann möchte ich noch einen großen Motorradführerschein machen. Dann würde ich voll gern mal bei so einer Fernsehschule mitmachen. Und da möchte ich noch irgendwann mein eigenes Unternehmen gründen. Und genau, das ist dann am besten irgendwie in Amerika oder so. Also Leute, ihr seht, ich habe zu viele Pläne. Lasst euch überraschen, was bei mir alles noch bis 25 passiert. Ja, ich habe jetzt festgestellt, das waren auch schon alle Fragen, die ich beantworten wollte. Ja, ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwie weitere Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!